Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem Crypto-Kanal. Gemeinsam mit Finn und Liam werde ich euch heute wieder zu den wichtigsten Themen aus dem Crypto-Space updaten. Finn spricht gleich zum einen über die EMA-Ribbons auf dem Manfleet-Timeframe und geht danach auch nochmal auf alte Bitcoins ein, die sich seit Jahren nicht mehr bewegt haben. Was das Ganze bedeutet und wie sich das Ganze auf den Kurs auswirken könnte, wird es euch Finn genauer erklären. Liam spricht im Chart-Part über die wichtigsten Preise, die ihr aktuell im Auge behalten solltet. Weekly Candle Close, natürlich sehr relevant, gerade jetzt am Sonntag. Deshalb auf jeden Fall den Chart-Part anschauen und ganz am Ende nochmal mit mir, wir sprechen über Bitrex. Diese haben jetzt angekündigt, aufgrund der strengen Regulierungen ihr US-Geschäft einzustellen. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen einmal einen Daumen nach oben da lasst. Lasst uns nochmal probieren, heute gemeinsam die 25 Likes voll zu machen. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt gar nicht lange drumherum und starten einmal direkt rein ins Video. So, Damen und Herren, herzlich willkommen in Online-Daten. Ich bin Finn und wir wollen uns heute mal die EMA-Ribbons auf dem Manfleet-Timeframe etwas genauer anschauen. Und zwar sehen wir hier aktuell, dass wir nach unserem letzten Monthly-Close aus März jetzt endlich wieder einen Monthly-Close über den EMA-Ribbons auf dem Monthly-Timeframe haben. Das ist ein sehr, sehr gutes Signal, denn gerade auf diesen großen Timeframes natürlich, der Monats-Timeframe ist eigentlich der größte Timeframe, den man sich bei Bitcoin anschaut, Normalerweise ist das natürlich ein sehr wichtiges Signal, denn ganz klar, wenn wir uns die letzten Bullen, äh, die letzten Bärenmärkte anschauen, 2015, 2019, sehen wir immer, wenn wir die EMA-Ribbons auf dem Monthly-Timeframe nach oben hin verlassen haben, haben wir erstmal in den kommenden Monaten etwas mehr Upside gesehen. Es war nie der Fall, dass wir in den kommenden Monaten dann erstmal Downside gesehen haben. Natürlich muss man immer noch sagen, wir haben dann erstmal oft noch etwas konsolidiert, aber nachdem wir den Monthly-Close über den EMA-Ribbons gesehen haben, haben wir erstmal ein oder zwei Monats-Candles erstmal grün gesehen. Und das ist gerade auf diesem großen Timeframe natürlich ein sehr, sehr wichtiges Signal. Die zweite Sache, die wir uns heute anschauen wollen, Circulating Supply not moved in two years an, also den Supply, der seit zwei Jahren nicht mehr bewegt wurde. Und hier sehen wir natürlich, also der orangenen Chart im Hintergrund sozusagen, das ist natürlich unfassbar stark angestiegen. Bedeutet für uns natürlich, dass gerade Leute, die jetzt seit ein, zwei Jahren dabei sind und eigentlich tendenziell, wir binden uns gerade am Ende eines Bärenmarktes, eher Verluste gesehen haben oder, ja, erfahren haben, sag ich jetzt mal, trotzdem halten diese Leute ihre Bitcoin sehr hartnäckig verkaufen, sehr wenig. Dieser Supply steigt aktuell unglaublich stark an, was für uns natürlich ein sehr, sehr gutes Signal ist, denn das bedeutet, dass selbst die Leute, die vor zwei Jahren sich mit Bitcoin beschäftigt haben, ist danach klar, vielleicht noch etwas hochgegangen ist, aber hauptsächlich jetzt natürlich stark abgefallen ist. Selbst die Leute halten noch ihre Bitcoin und das zeigt uns natürlich ungefähr, wie stark die Leute daran glauben, dass wir den nächsten Bullenmarkt wirklich schaffen werden und umso mehr die Leute daran glauben, umso stärker wird natürlich der Preis auch nach oben kommen, weil der Geldausfluss natürlich einfach nicht so groß ist und man muss natürlich immer sagen, der muss immer relativ ausgewogen sein, wenn viele Leute bei beispielsweise einem Preis von 60.000 verkaufen, dann ist das natürlich relativ viel Geld, was in den Markt kommen muss, um diese Sellorders, sag ich mal, zu füllen, ohne dass der Preis weiter abstürzt beziehungsweise halt nach unten geht dann wieder. Und dementsprechend ist diese Statistik eben so ein positives Signal, dass die Leute, die jetzt seit zwei Jahren ihre Bitcoin haben, selbst nach diesem Pump, den wir jetzt gesehen haben, trotzdem ihre Bitcoin weiterhin behalten. Und gerade mit dem, was wir uns eben angeschaut haben, mit dem Eber Ribbon, sieht es wirklich gerade auf den größeren Timeframes jetzt aktuell nicht sonderlich schlecht aus, sondern eher relativ gut auswirklich, muss man sagen. Trotzdem müssen wir uns natürlich jetzt in den Charts anschauen, was in den nächsten Tagen, in den kommenden Wochen passieren könnte. Und dafür gebe ich an Liam weiter und verabschiede ich für heute. Okay Leute, dann nochmal willkommen zurück zur Chart-Analyse. Wir wollen uns heute auf jeden Fall nochmal den Bitcoin-Chart anschauen, denn wir haben ja gestern im Video schon erkannt, dass wir viele Zeichen dafür haben, jetzt nochmal eine Korrektur haben zu können, beziehungsweise zumindest bei diesem Preislevel, wo wir gerade sind, rejected zu werden. Und Leute, deshalb wollen wir uns natürlich auf jeden Fall nochmal den Bitcoin-Chart anschauen. Ich würde sagen, wir starten auch im Weekly-Chart. Weekly-Chart wird ja heute Abend schließen und es sieht ganz danach aus, wie ihr erkennen könnt, Leute, dass wir hier mit der dritten Weekly-Chart unter den 28.600 US-Dollar bleiben. Und das ist natürlich unser erstes Zeichen dafür, dass wir bald eine Korrektur sehen können, einfach weil wir jetzt mit dem dritten Weekly-Close unter einem sehr, sehr wichtigen Widerstandslevel einfach sind. Und dementsprechend hier nach diesem fetten Pump und dieser Rejection hier, sage ich jetzt einfach mal, hier noch definitiv nochmal korrigieren können, bevor wir jetzt weiter nach oben gehen und ein neueres oder ich sage jetzt mal ein höheres High als jetzt die neuen 20.200 US-Dollar sehen werden. Was natürlich für dieses Preislevel spricht, sind auch die EMA-Ribbons, die Weekly. Ich kann die nochmal kurz anmachen, habe ich aber in den letzten Videos auch schon gezeigt. Also wir werden sehr wahrscheinlich, wenn wir korrigieren, in diesen Bereichen korrigieren zwischen 24.200 und 25.200, einfach weil wir dort sehr, sehr wichtigen Widerstand vorher hatten, der jetzt zum Support geworden ist und eben Weekly EMA-Ribbons. Wie gesagt, Leute, erstes Zeichen dafür, dass wir nochmal korrigieren auf dem Weekly-Chart. Das nächste Zeichen haben wir auf dem Date-Chart. Dort wurden wir jetzt nämlich wieder tagelang von diesen 28.600 rejected. Wir haben es jeden Tag versucht, wir hatten jeden Tag einen Antest von diesem Preislevel, haben es nicht geschafft, nach oben hin durchzubrechen. Dementsprechend könnte ich hier einfach erwarten, auch natürlich in Verbindung mit der bearischen Divergenz hier, absteigender RSI-Trend, aufsteigender Chart-Trend, dass wir hier nochmal korrigieren werden, beziehungsweise zumindest hier das Short-Breakout nochmal sehen werden. Habe ich auch im gestrigen Video gesagt, hat sich noch nicht viel daran geändert, außer natürlich, dass wir immer weiter, immer mit einem nächsten Tag wieder von diesem Preislevel rejected werden, nicht drüber ausbrechen und es somit natürlich immer wahrscheinlicher wird, dass wir hier nach unten wegfallen. Und damit wollen wir natürlich auch nochmal vorgehen in den Stunden-Chart. Und im Stunden-Chart können wir auch erkennen, dass wir hier immer noch, wir hatten das gestern, glaube ich, im Video auch, zwischen diesen zwei Linien hier tanzen. Also momentan einfach extrem niedriges Volumen im Markt. Aber natürlich bereiten wir uns somit auch auf einen größeren Move vor. Und ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass wir nach unten fallen. Ich habe auch schon gestern im Video meine Trading-Strategie gesagt. Und zwar kann man jetzt natürlich easy einfach sicher damit gehen, dass man Long-Positionen offenbar hat, Swing-Long, Krypto-Held, somit ist man natürlich eh die ganze Zeit Long. Und kann diesen Preis-Move hier oder diese mögliche Korrektur, die hier eventuell passieren kann, natürlich mit einem sehr, sehr schönen Short-Trade gegen den momentan großen Long, den man natürlich immer offen hat, damit, dass man ja auch Krypto-Held traden. Und somit natürlich auch die Profite bei dieser Short-Bewegung mitnehmen. Und hier unten eventuell dann natürlich auch die Longs vergrößern. Und Leute, falls ihr auch tradet und uns damit supporten wollt, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne über unseren BitGat-Link registrieren. Da könnt ihr nochmal zusätzliche Boni auf euer eingezahltes Geld bekommen, habt niedrige Exchange-Gebühren und natürlich könnt ihr uns somit supporten, denn die Feast zahlt ihr eh und so geht ein kleiner Teil an uns. Und wir hauen natürlich auch Daily-Content für euch raus, das heißt, es wird uns einfach extrem supporten. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war es mit der Chart-Analyse und viel Spaß beim News-Part mit Timo. Bittrex stellt sein US-Geschäft ein. Damit schließt eine der ältesten und ehemals größten Kryptobörsen in den USA. Was das Ganze mit Gary Gensler, der SEC und dem strengen Vorgehen der US-Behörden gegen den Kryptospace zu tun hat, wollen wir uns jetzt hier heute einmal gemeinsam im News-Part anschauen. Also, wie gesagt, das Ganze wurde jetzt angekündigt. Zum 30. April schließt Bittrex in den USA seine Türen. Sie waren früher unglaublich groß und absolut führend in der Branche, bis dann Binance, Coinbase, ETC den US-Markt übernommen haben. 2014 wurden sie gegründet. Warum dann jetzt aber dieser Schritt? Man muss ganz klar sagen, sie sprechen davon, dass es wohl am geringen Interesse an einer sinnvollen Regulierung liegt in den USA. Das ist natürlich ein ganz klarer Schuss in Richtung der US-Behörden. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen sehr viel über das Thema gesprochen. Die USA regulieren sehr, sehr extrem aktuell den Kryptomarkt. Das Ganze wollte sich Bittrex nicht länger bieten lassen. Deshalb ziehen sie sich jetzt aus dem US-Markt vollständig zurück. Bittrex Global, die aus Lichtenstein agieren, werden aber weiterhin alle Kunden außer den amerikanischen Raum betreuen. So, das Ganze ist natürlich sehr, sehr interessant, weil damit ist jetzt mal ein ganz klares Statement von seitens der Kryptobranche gekommen. Coinbase hat ja auch unter anderem schon von der SEC ein Statement eingefordert zu den aktuellen Regulierungen. Und wir sehen, wie kritisch es wirklich ist, wenn die USA wirklich so weitermachen sollten. Hier können wir es auch nochmal lesen. Wie gesagt, diese Wells Notice, die wird wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen veröffentlicht. Da sehen wir dann auch was, das Statement von seitens der SEC. Ich finde diese Situation sehr, sehr kritisch. Wir sehen nämlich, die Kryptobörsen, beziehungsweise generell Kryptounternehmen, werden sehr stark in den USA bedrängt. Und das Ganze führt jetzt sogar teilweise schon dazu, dass sich Firmen aus dem US-Markt zurückziehen. Und das ist auf jeden Fall nicht positiv für den Bitcoin-Kurs. Ich würde sagen, dass es heute zum News-Part, wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Ciao.